Wir gestalten unser Essen, um uns auszudrücken. Wir essen Werte, Traditionen und Symbole. Wir wollen die Nahrungsmittel nicht so, wie sie in der Natur vorkommen, auf den Tisch tun. Sie sehen gar nicht mehr, dass es da ein Tier ist, das Rippen hat oder ein Rückgrat hat oder Beine hat, sondern sie sehen Stückchen. Wenn sie Glück haben, ist der Knochen dran, aber meistens ist der Knochen auch nicht mehr dran. Sie essen eben das pure Fleisch und das erinnert sie nicht daran, ob das ein Schwein oder ein Esel oder ein Hase oder vielleicht sogar ein Hund war. Warum sind Fischstäbchen rechteckig? Die kleinen Quader lassen sich industriell herstellen, sind einfach zu transportieren, sie passen genau in unseren Mund und, weil sie nicht aussehen wie Fisch, werden sie auch gerne von Fischmuffeln gegessen. Fischstäbchen sind designed. 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 Untertitelung des ZDF, 2020